Aussehen-Modifikator. Persönliches Aussehen kalibrieren. Oh je, jetzt geht's los. Oh Gott, krass. Konnt man aber seinen Raum färben oder so? Wie wechsle ich in die Third Person? Ähm, du musst X gedrückt halten. Du musst nur kurz X drücken, du musst es gar nicht gedrückt halten. Oder kurz X drücken, mit Q und E dann zu Hilfsmittel. Mit F bestätigen. Und dann mit Q und E hier hinschalten, Kamerasicht ändern. So, dann bist du in der Third Person. Das ist ein bisschen umständlich. Also die Steuerung, muss ich sagen, gefällt mir auch nicht wirklich, wie man in die Menüs kommt und das man mit F bestätigen muss. Das ist so dämlich. Warum nicht mit der Maustaste so? Oder mit einer anderen Taste, die vielleicht näher dran ist zum Beispiel. Weiß ich nicht. Also mir würde das besser gefallen, wenn ich das mit dem Mausrad steuern könnte einfach. Oder so eine einzelne Taste, wie in den anderen Spielen, einfach um zu switchen. Ja. Oder so, genau. Dass das einfach auf einer Taste liegt. Auf V zum Beispiel. Wahrscheinlich liegt auf V irgendwas anderes. Ne, V ist gar nicht belegt, siehste mal. Eben. Sollten wir das Ding mal mit reinnehmen? Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich geh jetzt einfach hier rein. Ich analysiere jetzt mal die Baupläne. Also was sollten wir jetzt, Moment. Bauplanforschung. Irgendwas besonderes sollten wir doch jetzt erforschen. Mal gucken. Was war jetzt die Aufgabe? Benutze X, um dein Schiff zu rufen. Ne, Moment. Das ist... Verarbeite die geborgene Technologie mit einem Bauchbahnanalyseator. Okay. Ich versuche jetzt mal mein Schiff zu rufen. Hm. Ähm. Moment. Nochmal. Das ist so ein bisschen sehr umständlich, dieses Menü. Spielbärsstern rufen. Genau. Landung nicht möglich. Muss ich da rausgehen dafür? Ah, okay. Mein Schiff kommt angeflogen. Jawoll. Wir haben sogar 10 Technologiepunkte, ne? Kehre zum Basiscomputer zurück. Ich sollte vielleicht vorher nochmal lesen, bevor ich da irgendwas mache. Scanner erkannte ungewöhnliche... Wiederholt 16. Die Raumstation. Warnung. Archive unterbrochen. Notfallübertragung. Der Reisende findet seine Flügel. Er fliegt auf uns zu, so wie er es soll. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du uns finden. Der Basiscomputer unterbrach sein eigenes Archivabfrageprogramm, um eine Notfallmitteilung zu übertragen. Doch die Übertragung klingt nicht wie andere Notsignale, die ich gehört habe. Vielleicht stimmt die Nachricht ja. Vielleicht ist es Zeit zu fliegen. Zeit in den Weltraum aufzubrechen. Antworten auf dieses Rätsel zu suchen. Weggehen. Notfallübertragung 16 16 16 16 16 habe ich jetzt hier. Okay. Okay. Und jetzt erwachen. Untersuche das Notfallsignal. Besuche die Raumstation und suche nach intelligenten Lebensformen. Ah, jetzt ist da hinten die Raumstation markiert. Stimmt. Oh. Bei mir da hinten. Das gelbe Symbol. Ah. Aber warte mal, das machen wir mal noch nicht. Äh... Ich analysiere jetzt schnell nochmal hier die Technologie. Bauplanforschung. Auf jeden Fall mal den Speicherpunkt würde ich sagen. Mhm. Und der ist Basis-Teleporter-Modul. Ich glaube, die zwei Sachen sind schon ziemlich wichtig. Dann das Holzfenster. Wenn du das nämlich schon machst, mach ich gleich dieses Gesundheitsding oder so. Es kostet alleine schon fünf so Punkte. Ah. Jetzt mal gucken, was haben wir denn hier noch? Holzbogen. Holzrampe. Glasplatte mit Holzrahmen. Mach ich das auch mal. Mach mal die Rampe noch. Im Bett. Mach ich auch mal. Okay. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Kann man ja mal gucken jetzt hier beim Bauern. Ich bin nochmal direkt hier gesundheitsgedöhnt. Wenn ich jetzt... Ah, hier. Dekoration. Hattest du jetzt noch genommen Speicherpunkt und das Teleport-Ding? Speicherpunkt, Teleport-Ding. Ne, Moment. Die Flagge will ich nicht. Ah, ja. Ich kann ein Bett bauen. Ah, jetzt auch. Wie kann ich denn das drehen? Achso, da steht es ja mit R. Hä? Ne. RT drehen. Achso. Ja, jetzt muss ich Mausrad benutzen. Okay. Ist ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch gelöst. Ähm. Ah, okay. Ich habe auch mal alles verberaten. Ich habe ein Bett gebaut. Kann ich das jetzt benutzen? Okay. Nö, das ist einfach nur Deko. Okay. Es sieht aus wie so ein Staubsauger. Guck mal. Zzzz. Hahaha. Ja, stimmt. Zzzz. Oh, ich glaube aber im Haus muss man echt die Ego-Perspektive benutzen, weil man stößt mit der Kamera in der Third Person immer gegen die Decke. Ähm. Zzzz. 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 So, Kamerasicht ändern. So. Haha. Okay. Kann man denn noch so schönes machen? Ahja, wir sollten vielleicht auch mal diese Sachen bauen, wie dieses Speicherpunkt-Dings, ne? Uh. Aha. Aha, 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 aha. Technologieteile. Einsetzbares ist das wahrscheinlich dann. Signalbooster. Speicherpunkt. Metallplatten. Ach. Muss Metallplatten craften vorher. Mhm. Oh, jetzt fehlt mir was. Ferrit-Staub. Okay, ich muss erstmal wieder Ferrit-Staub besorgen. Ach nicht, kriegen wir das hier? Natürlich. Gibt's viele Ferrit-Gedöhnt. Okay. Ahja, hier genau. Guck hier mal so ein komisches Teil damit zu bauen. Ah, bau du ruhig mal ein bisschen, was du kannst. Ihre Dinge. Ich kann eine Kugel bauen. Schön. Das ist mein Multi-Werkzeug aufladen. Huch, nein, da wollte ich es gar nicht. Egal. Möchtest bitte wieder mitnehmen. Ich kann es nicht mitnehmen. Ahja. Genau. No Man's Sky ist grad im Sale auf 57% weniger. Das ist auf jeden Fall eine Option, wenn euch das jetzt hier interessiert, was ihr hier gesehen habt bei uns. Ich wollte es eigentlich nicht hier hin bauen, aber okay. Ich kann es auch nicht mehr aufheben. Oh Gott, das surrt die ganze Zeit. Ja. Sehr toll. Ich kann es nicht mehr aufheben. Achso, ich brauch dir ja noch eine Dingsplatte. Ich kann auch nichts damit tun. Was ist denn das eigentlich? Ein Staubsauger? Ein Nachrichtenmodul, aber wenn ich da hingehe, dann sagt er mir, der Besitzer hat noch keine Nachricht hinterlassen. Ich kann auch nicht mal eine... Ah! Das Nachrichtenmodul erwartet die Nachricht für Besucher. Warum darf ich ihm keine Nachricht hinterlassen? Ich hab's doch gefragt. Deine Nachricht wurde eingegeben. Lauf mal ran. Wir gucken. Der Besitzer hat noch keine Nachricht hinterlassen. Höh, hab ich doch gerade. Moins und herzlich willkommen. Steht da. Kann ich es wieder abreißen? Weiß ich nicht. Kann es nicht aufheben. Warte mal. Ich will mal gerade noch hier den Speicherpunkt setzen. Kann meine Waffe auch nicht... Also, ne? So, Speicherpunkt. Ich setz den jetzt einfach mal hier hin. Haha. Speicherpunkt. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Sehr gut. Ich hab jetzt einfach mal hier gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob du das auch kannst. Wie kannst du das machen? Es steht einfach nur da. Ist auch okay. Oh. Wir haben ne Fahne. Vorm Haus. Vorm Haus. Der wird gespeichert. Nice. Und so einen hässlichen Roboter, den man nicht mehr wegmachen kann. Hehehe. Hehehe. Moinsen und herzlich willkommen. Genau. Hahaha. Das kommt, wenn man hier reingeht. Ah, ja stimmt. Bei mir kommt immer noch nichts. Egal. Bei dir kommt nichts. Bei mir kommt alles. Vor allem, ich hab das Ding gebaut und ich darf ihm nicht meine Nachricht hinterlassen. Ich vermute, das liegt daran, dass das nicht deine Base ist offiziell. Wahrscheinlich, ja. Weil das ist ja auch nicht dein Base-Computer hier, weißt du? Ich glaub, du musst Wendy dann auch ne eigene bauen am Ende. Aber wir können das, glaub ich, trotzdem gemeinsam nutzen. Was jetzt nicht schlecht ist. Das ist doch teuer. Das kann ich gar nicht bauen. Technologie aufgeladen. Hm. Was hab ich denn noch freigeschaltet gehabt? Äh, diese komischen Teleporter-Dings. Die kann man gar nicht hier drin bauen. Ist das zu klein, die Base? Muss die höher sein? Kann gut sein, ne? Weiß man nicht. Wir können ja an sich noch Etagen draufsetzen. So teuer ist das jetzt alles nicht. Ja. Aber wir könnten jetzt theoretisch auch mal schnell zu der Dings fliegen. Wie war das jetzt? Du hattest jetzt das... Wir haben doch gar keinen Schub mehr, oder? Haben wir? Also mein Raumschiff konnte grad noch einmal zu mir fliegen. Ich guck jetzt nochmal rein. Ich hab keinen Startgedöns. Nachrichtenmodul. Was? Okay, wir brauchen stabilisierter D-Wasserstoff-Treibstoff oder Uran. Wird aus kristallisiertem D-Wasserstoff hergestellt, der in blauen Einlagerungen in allen Welten zu finden ist. Okay, das kann nicht so kompliziert sein an sich. Dann machen wir mal... Okay. Ah! Du brauchst nur noch ne Metallplatte. Äh... Okay, wir brauchen mehr Ferrit. Ich brauch zumindest mehr Ferrit. Du brauchst ne Metallplatte und dann kannst du aus dem D-Wasserstoff-Zeug so ein Treibstoff-Ding machen. So ein Kanister kannst du dann machen. Deswegen hole ich mir jetzt hier mal ein bisschen was davon. Ich glaub, dieser Ferrit-Staub ist schon ziemlich wichtig. Da kann man ruhig mal ein bisschen mehr mitnehmen auf jeden Fall. Jawoll! So. Okay. Äh... Huch, Moment. Metallplatte. So. Und jetzt kann ich das... Kann ich doch auch von hier, oder? Ah, Raumschiff nicht in Reichweite. Okay. Ich steh fast daneben, aber egal. Wo geht das jetzt? Ja! Ich hab's aufgeladen. Ich hab's geladen. Ich hab's geladen. Das Problem ist jetzt aber eher für dich. Du musst da jetzt zurücklaufen, glaub ich, oder? Wo wir da gelandet sind. Nee, ich hab das Raumschiff hier hinten geparkt. Ah, okay. Da kam's zumindest noch hin. Ich lade grad ein paar Sachen ins Raumschiff oben. Wie ich jetzt rausgelaufen bin und jetzt kommt die Nachricht. Moins und herzlich willkommen. Aber mir kommt gar nichts. Okay, du hast es. Du hast es? Nee. Reisemeyenstein erreicht. Ich bin wieder gelaufen. Gehfähig. 15 KS zurückgelegt. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Ferit. Ferit. Ferit und zugenäht. Ich sammle auch noch ein bisschen. Hä? Wenn ich hier an der Base vorbeilaufe außen, dann kommt Moins und herzlich willkommen. Jetzt auch wieder. Hä? Bei mir steht dann nur ab und zu Nachrichtenmodul. Mehr kommt da nicht. Okay, sehr gut. Das scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Es könnte auch natürlich sein, das wissen wir jetzt grad noch nicht, weil wir jetzt noch im Spiel sind, dass gerade auch schon ein Day One Patch vielleicht noch hinterher geliefert wurde. Ja, so ein paar kleinere Ungereimtheiten bestimmt noch korrigiert. Wundern würde es mich nicht. Das ist ja heutzutage eigentlich immer üblich, dass sowas noch kommt. Feenstaub. Immer schön den Feenstaub sammeln. Eine nicht identifizierte Pflanze. Alles abbauen. Das ist alles Kohlenstoff. Kann man alles essen. Wenn man es essen kann, ist das ja wie trinken. Nein, umgekehrt. Wenn man es trinken kann, ist das ja wie essen. Wie wäre es Weisheiten? Ja, das sind meine Weisheiten. Weißt du Bescheid? Ja. Kann man auch so ein großes Schiff bauen. Man kann irgendwie sich einen Frachter besorgen. Das geht. Aber wie das genau geht, wissen wir halt noch nicht. Weil wir ja jetzt gerade erstmal hier die ersten Schritte gehen. Das heißt, wir gucken dann mal, ob wir das auch noch hinkriegen irgendwann. Ah, okay. Ich muss wieder mal aufladen. Die Exo-Werkzeug hier. Gedöns. Ich sag Bescheid. Du hast Schub? Okay, sauber. Dann setzen wir uns mal rein und gehen mal zur Base. Zur Weltraum Base. Jetzt einfach vorfliegen. Sonst verliere ich dich wieder aus den Augen. Unsere Base sieht echt aus wie sowas aus Planet Coaster. Irgendwie so ein Vergnügungspark-Gebäude. Oh Gott, die Steuerung ist echt ein bisschen schwammiger geworden von dem Raumschiff, finde ich. So. Ich hab's markiert. So, ich starte dahin jetzt. Ich fliege durch die Wolkendecke. Ich durchbreche die Atmosphäre. Und natürlich ist die Raumstation nicht bei diesem Planeten. Ist die denn wenigstens hier in der Umlaufbahn? Ja, das sieht ganz so aus. Irgendwo da so, ja? Wie es bei dem anderen Planeten wieder so wie es aussieht. Oh, warte mal. Hier gibt's Asteroiden. Ich, ich, äh, bau mal ein bisschen Treibstoff noch ab. Bevor ich da konkret hinfliege. Was? Für, für Impulsantrieb brauchst du Treibstoff. Und den kriegst du doch von den Asteroiden. Und beziehungsweise, du kriegst da auch, äh, Edelmetalle drauf. Dann haben wir gleich was zum Handeln und so. Hab grad Silber bekommen. Irgendwie, hä, müsste ich nicht eigentlich auch Treibstoff kriegen? Ah ja, jetzt Tritium. Jetzt hab ich Tritium gekriegt. Gold hab ich gekriegt. Tritium. Wie viel Tritium braucht man denn, um seinen Impulsantrieb wieder aufzuladen? Oh. Das nutzen wir gleich mal aus hier. Lad hin! So, schauen wir mal. Wenn ich den Impulsantrieb laden will... Ja, braucht man schon ne Menge Tritium auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall ab und zu mal was mitnehmen. Mhm. So, dann visieren wir das mal an und springen da mal hin. Ich flieg jetzt zu der Raumstation. Äpfel Fahri. Äpfel Fahri. Äpfel Fahri. Auch ein schöner Name. Äpfel Fahri heißt der Planet, wo wir grad hinfliegen. Äh, da kam der her. Stimmt, den haben wir noch nicht gescannen. Also ich hab den noch nicht gescannen. Wenn ihr später auf der Station seid, kann man ein Schiff kaufen. Oder wenn man einen Handelsposten findet, kann man die Schiffe von den Händlern kaufen. Zumindest war es mal so. Ja, ich glaub das ist auch noch so. Dann kann man sich irgendwie so einen Frachter kaufen. Das geht auch. Gleich läuft der Counter. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und. Ich bin da. Impulsantrieb Offline. Raumstation in der Nähe. Oh, da wird die Musik gleich krass. Juhu. Okay, man fliegt immer noch automatisch in die Raumstation rein. Das ist immer noch so. Das ist ganz gut. Ja, bei unseren Flugkünsten auf jeden Fall. Mhm. Wiederherstellungspunkt gespeichelt. Erkunde die Raumstation, finde Lebensformen, die du über das Notsignal befragen kannst. Oh, das sieht ganz anders aus jetzt hier. Du musst mal herkommen. Warte, ich muss ausstellen. Ha. Das sieht voll krass aus. Guck mal, hier sind jetzt ganz viele. Nicht immer nur so einer oder zwei, die dann da so in der Ecke stehen, so wie verlassen und mich abgeholt. Hm. NPCs. Ganz viele NPCs, ja. Hä, die grüßen einen auch. Guck mal. Göttlicher Atlas-Entität Noax. Ich frag die jetzt einfach. Ach so, Objekt in Gebrauch. Das machst du gerade. Gibt man auch. Chemiker-Entität habe ich jetzt mal hier. Das metallische Wesen beginnt in einer Sprache zu sprechen, die ich nicht verstehe. Vielleicht versteht es den Code, den ich im Signalverstärker gefunden habe. Den Code wiederholen. Der Code hat eine eigenartige Auswirkung auf die Lebensform. Ihre Lichter erstarren. Ihre Stimme beginnt zu stottern. Nach einem Augenblick scheinen sie sich neu zu starten. Sie scheinen sich nicht an das zu erinnern, was ich gesagt habe. Okay. Also die brauche ich anscheinend da nicht drauf ansprechen. Sind das vielleicht Maschinenwesen hier? Vielleicht müssen wir organische finden, die sich nicht neu starten, wenn sie den Code hören. Gibt es hier irgendwelche organischen Wesen? Nee. Guck mal hier. Ja, das ist gut. Den versteht man wenigstens. Lol. Es ist eine wandelnde Glühbirne. Alle Städte sind verloren, alle Kriege beendet. Dafür haben die Wächter gesorgt, oder? Und, weißt du was? Sie hatten Recht. Fragen, woher er kommt. Was? Um ihn zu fragen, woher er kommt, muss ich 100 Naniten bezahlen. Danke dafür. Nee, mit dem rede ich nicht. Ich bezahle auch kein Geld dafür, dass ich jemanden anquatschen kann. Code-Entität. Trotz der unbekannten Sprache hat dieser Alien etwas an sich, was darauf hindeutet, dass wir uns schon einmal begegnet sind. War er erst, der den Code beim Signalverstärker für mich zurückgelassen hat? Schauen wir mal. Die Lebensform macht eine Pause, bevor sie sich atlendet. Sie hat mich entweder nicht gehört, oder sich entschieden, meine Nachricht zu ignorieren. Okay. Ich hab von dem hier Codes bekommen. Äh, von wem? Von dem? Ja, dem hier. Okay. Okay. Eine Korvax... Ich will einfach mit allen reden, solange bis mir einer die Codes gibt. Ich hoffe, dass es dann wenigstens dasselbe bei uns ist. Wir beobachten dich, reisender Freund. Finde, was wir dir hinterlassen haben. Obwohl der Alien spricht, stammen die Worte nicht von ihm. Der Code wird in Form eines grellen, roten Lichts zu mir geworfen und verwandelt sich in Koordinaten. Das purpurne Licht verblasst und die Lebensform starrt mich so durch ihr Helm wie sie an, was auch immer passiert ist. Sie scheint es nicht gesehen zu haben. Ich wollte gehen und finden, was auch immer man mir hinterlassen hat. Signal empfangen, Lebenszeichen entdeckt. Ich habe gerade von den beiden hier ein Wort gelernt, indem ich ihnen Kupfer gegeben habe. Oh, ich habe glaube ich keinen Kupfer mehr. Ich probiere es mal. Ich habe sonst noch Kupfer, aber ich weiß sonst nicht wie... Ah, doch. Ich habe es. Ich habe ein Korvax-Wort für giftig gelernt. Genau, und bei dem anderen müsstest du ruhig lernen oder so. Um Hilfe beim Korvax-Dialekt bitten. Stimmt. Ne, ruhig habe ich bekommen. Genau. Den hier kann ich zuwinken. Was ist dem hier? Dem rechten, aber er hat es irgendwie nichts gebracht. Ich mache mal helfen. Ich erzähle dem Korvax, was ich herausbekommen habe. Er behauptet, diese Theorie sei bereits erfolglos getestet. Okay, egal. Wollen wir... Wollen wir zu dem Signal fliegen? Oder wollen wir noch hier auf die andere Seite mal kurz gucken? Hier ist noch eine andere Seite. Ach nein. Reise Meilenstein erreicht. Bin ich schon wieder gelaufen? Ich habe Anfänger-Worte gelernt für mich. Stimmt. Ich habe auch Anfänger-Worte gelernt für mich. Hier gibt es anscheinend Läden hier drüben. Technologie-Kaufmann. Komponenten kaufen, Nanishaufen gegen Baupläne handeln. Ne, das wollen wir nicht machen. Technologie-Kaufmann. Das sind alles Kaufleute hier. Aussehen-Modifikator. Persönliches Aussehen-Kalibrieren. Ach, hier ist das denn? Oh je, jetzt geht es los. Oh Gott, krass. Konnte man aber sein Raum-Kaufmann-Kaufmann-Kaufmann-Kaufmann-Kaufmann-Kaufmann. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Kannst du das sehen, wenn ich das auswähle? Äh, nee. Ich glaube nicht. Äh, hehehe. Äh, hehehe. Äh, hehehe. Äh, hehehe. Äh, hehehe. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hahaha. Juhu. Wow, das sieht cool aus. Jetzt kann ich meinen Kopf verändern. Mach mich weiß. Oh, so. Dunkelblau. So, Panzerung wird auch dunkelblau. Handschuhe. Äh, die machen wir weiß. Aha. Beine. Machen wir grau. Stiefel. Machen wir mal. Ah, die machen wir weiß. Rucksack. Die mache ich mal auch dunkelblau. So. Genau. Warum ist denn da noch was grünes? Moment. Ne, Moment, das war weiß. Genau. Ah, hier ist es genau. Das muss blau sein. Handschuhe. Das sollte eigentlich weiß sein alles. Genau. Kann ich das jetzt speichern? Du verlässt den Aussehen, Modifikator. Möchtest du die Änderung speichern? Ja. Kannst du mich jetzt sehen? Ja. Wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Hier. Hahaha. Änder dich auch mal. Ach Gott. Änder dich auch mal bitte. So, so. Haha. Ich will das auch mal sehen. Ist klar, ich weiß schon, was ich mache. Aber es ist schon super irgendwie. Das ist auch schön, dass man sein Aussehen verändern kann. Ja, ich finde das echt cool. Das ist echt lustig. Aber auch da frage ich mich, warum haben sie sich nicht einfach entweder auf dem Early Access Modell entschieden am Anfang und das einfach so durchgezogen, dass sie das nach und nach rein bringen. Oder warum haben sie es nicht einfach von Anfang an reingebracht und dann lieber das Spiel noch ein bisschen verschoben? Anstatt da am Anfang so ein Gehadere zu machen. Hm. Wäre doch viel zu einfach gewesen. Ja, ne? Frau und umgestalten, das dauert immer ewig. Tatsächlich nicht. Ich versuch's gerade relativ schnell zu machen. Mhm. Das ist gerade schon schnell, meine lieben Freunde. Ja. Aber ich hab auch so ungefähr gebraucht, so in die Zeit. Ich muss tatsächlich gleich auch nochmal reingucken, wenn ich dich dann gesehen hab. Weil, äh, ich glaub, ich hab da noch was übersehen. Ich muss da, glaub ich, nochmal den Stil durchschalten. Ja. 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 Ja.